Du kannst es dir im Sitzen bequem machen und eine Universalklangschale jetzt auf die Handinnenfläche einer deiner Hände stellen. Wenn du magst, kannst du deine Hände ablegen, ein Kissen drunter legen. Dann schlägst du die Klangschale jetzt sanft an und laust den Klang. Der Klang berührt dich über die Handfläche und du kannst die Schwingungen und die Vibrationen der Klangschale sanft in deinem Handteller wahrnehmen. Schlage die Klangschale jetzt nochmal an und vielleicht kannst du die Schwingungen intensiver spüren und wie sie sich von deiner Handfläche aus durch deinen Unterarm nach oben ausbreiten. Du kannst diese Übung so lange wiederholen, wie du es magst. Und dann kannst du die Klangschale auf deine andere Handinnenfläche aufstellen und diese Übung wiederholen. Genieße sie. Nehme jetzt noch ein paar tiefe Atemzüge und spüre nach. Bleibe in der Stille und lausche und lausche der Stille. Nehme jetzt noch ein paar Die Stille und die Klangschale Und dann kannst du das Untertitelung des ZDF, 2020